Rechts abbiegen in die Mühlheimer Straße, dann an Bord fahren. Was soll das, ey? Die Straße ist hier an Bord, oder was? Ah, da sollte gleich zum Schluss gehen, mein Gott. Ja, aber hier muss doch ne Brücke sein, oder? Ist hier keine Brücke? Hä? Oh, fuck. Ist das jetzt der Fähre, oder was? Man will ihn nicht verarschen. Das ist der fucking mein. Hier gibt's tausend Brücken und die Fotze. Was ist das jetzt wegen der Brückensperrung, oder was? Ja, möglich. Komm, wenden. Hey, um. Alter, ich will da nicht auf die Fähre. Was verstresst du denn jetzt? Ja, fahr doch mal bitte rückwärts. Was, wenn? Da warst du noch nicht richtig gefickt, oder was, du? Blödsinn, nervos! Fuck, ich hab jetzt aufgewacht. Ja, weil du zu aus wie ein Mädchen, mein. Hallo? Du hast hier ein Handy, das weckt Tote auf. Scheiße, das gehört für... Wir arbeiten für Delbo, wir machen keine halben Sachen. Ein Mucks und der Typ auf der Fähre ist dran. Hast du gehört? Ein Mucks zu Käpt'n Blaubeer. Und du machst Bekanntschaft mit meiner Puste. Die hat ganz locker eine Kugel durch den Rücksitz in deine Kackbirne und dann weiter durch Nummernschild in den Asphalt. Ja, ist ja gut. Alter, der hat's ja kapiert. Darf ich nicht, dass der's kapiert hat. Hm. Hm. Der Typ fährt jetzt auch der Brau-Finger. Das ist so eine tolle Sache. Ja, der ist ja gut. Ja, der ist ja nicht. Und das ist ja gut. Ich bin ein Mäßchen. Und das ist ja gut. Ich bin ein Mäßchen. Ich bin einmacher. Untertitelung des ZDF, 2020